Wir werden den Film nicht neu erfinden, wir werden das Theater und die Schauspielerei nicht neu erfinden in den drei Tagen. Wir werden aber etwas viel Unwichtigeres erfinden, nämlich unsere Welt, unsere persönliche gemeinsame Welt bis zum Sonntagabend. Dabei das Einzige, was interessant ist, sind wir, Sie, jeder Einzelne. Spaß, ne? Nein, 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 ihr seid hier reingekommen. Das muss ein Missverständnis sein. Das muss wirklich ein Missverständnis sein. Ich habe jetzt kein Geld hier. Gut. Was machen wir denn da? Trink mal den Schluck. Trink mal einen Schluck. Ich habe da noch einen Schluck. Lass es, wenn ich aufhöre, dass es weitergehen kann. Ja? Denn nichts bedarf der größeren Sicherheit. Okay. Gut. Wir sind ja nicht so, oder? Oder? Nee. Ich meine, wir sind doch quasi ganz Männer. Also, was? So, Frauen. Ja, okay! Okay! Ich mach mal schnell. Was ist das? Julia, du weißt doch noch, du warst weg. Am Abend, oder? Und keine Instriptis-Pante in irgendeinem Nachtgutal macht so ein Instriptis, wie wir ihn machen müssen. Ohne Kruse. Der Faden zwischen uns. Es ist nicht mehr da. Du verstehst mich nicht. Was? Warum, meine Schwester? Julia. 5,9,13,14,15,16,17, Menschen, 17 Wege. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020